Herzlich willkommen im Gesundheitskanal Ihrer Apotheke. Sie haben ein Schüsselersalz mit der Bezeichnung 9 und dem Inhaltsstoff Natriumphospholikum in Ihrer Hand. Wir informieren Sie jetzt, wozu es eingenommen wird. Natriumphospholikum ist das Salz gegen zu viel Säure im Körper, da wir in der heutigen Zeit aufgrund unseres Lebensstils und unserer Essensgewohnheiten unseren Säure-Basen-Haushalt eher Richtung sauer aus der Balance bringen, gewinnt das 9er-Salz zunehmend an Bedeutung. Natriumphospholikum ist ausgleichend und hilft, dass der Stoffwechsel im Gleichgewicht bleibt oder es wieder erlangt. Sie wollen mehr zur Therapie nach Dr. Schüßler wissen? Kommen Sie doch einfach zu uns in der Apotheke. In einem persönlichen Gespräch beraten wir Sie gerne. Außerdem halten wir eine Auswahl an Büchern zur Selbstmedikation für Sie bereit. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, besuchen Sie unseren Videokanal. Dort erhalten Sie kurz und kompakt weitere Informationen.